Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Ja, wir stehen quasi kurz vor der zweiten Nacht und ja, ich bin sehr gespannt, ob wir es schaffen mit 206 Pfeilen, mit unserer Mauer, die wir ja haben. Wie war nochmal Licht? Mit L. Und ja, es wird wahrscheinlich sehr lustig. Ja, ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Es ist tatsächlich so, dass man hier nicht so wie bei Seven Days to Die, dass man sieben Tage hat, sondern man hat nur einen Tag quasi. Und ja, deswegen, ja, huch, wir hatten gar keine Haare, habe ich gerade gesehen. Schon wieder. Ah, jetzt hat er wieder Haare. Genau, man hat hier nur einen Tag, aber dafür haben wir das ja so angepasst, dass wir ein bisschen länger den Tag haben. Was ich ein bisschen schöner finde, weil man hat ja doch ein bisschen einiges zu erkunden. Und ich frage mich, wenn man die ganze Karte erkunden will, wo man von zu Hause weg ist, als Beispiel jetzt, dann haben wir ja das Problem, dass, ja, wie soll ich sagen? Weil du bist dann da hinten und hier wird deine Hütte zerstört. So schnell kommst du ja gar nicht zurück. Also, keine Ahnung. So, ja, Fundament bauen und tralala, das können wir nochmal machen. Ich wollte hier, apropos Fundament bauen, siehst du? Wie war nochmal das Baumenü? Was? Was? Wer ist denn da schon wieder? Aha. Mal eine an. So, so. Die Nachbarn sind schon wieder da. Ich weiß gar nicht, was die wollen. Ja, wir werden gleich einen Aufmarsch haben der Zombies. Ich hoffe, das geht hier vorne. Wir haben hier ein paar Spikes gebaut. Kann ich noch welche bauen? Müsste noch ein bisschen Holz hacken, ne? Dann können wir welche bauen. Ich probiere das noch. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir noch. Vielleicht können wir das noch machen. Ich probiere das mal. Das wäre schön. Ha! Uh! Ah! Es gab schon wieder ein Update, aber nur so ein paar Bugfixes quasi. Also nichts Besonderes. Und, äh, also bin gespannt, ob wir da generell irgendwie was Update-mäßiges Neues sehen werden. Huch. So. Aber erstmal jetzt. Survival. So. Was ich mal noch komisch finde, ist, dass man nicht essen muss. Also eigentlich ja schon. Haben wir ja rausgefunden. Aber, dass man nicht nur so trinken und essen muss. Sondern einfach nur für die Energie quasi. Ist mir das merkwürdig. Aber, naja, es geht. Man kann es machen. Sein ist auch einer. Äh, kommt der? Na. Sowohl. So. Jetzt aber. Kommt der? Nehme ich mit. Wenn wir schon dabei sind. Huch. Also quasi Stunde bedeutet quasi die Uhrzeit oben rechts. Also 23 bedeutet jetzt 23 Uhr. Und Datum 1 bedeutet quasi der Tag. Äh. Das heißt, wir sind Tag 1 jetzt. Das ist ganz gut. So. Packen wir mal ein bisschen. Äh. Mit der 6 haben wir sogar die Spitzhacke am Start. Dann würde ich hier vielleicht... Äh, nein. So. Mit der 6. Hä? 6. So. Hä? Haut er daneben. So. Zack. Das sind Steine. Yes. Ah. Ah. Und weiter geht's, oder? Ne. Das war's? Ich glaube ja. So. Können wir ein paar Spikes noch bauen? Ich guck gerade in Braummenü. Wie war das nochmal? Bei Fallen war das, ne? Da brauchen wir Holz und Seil. Holz stämme wie her? Ich mach mal die Tür zu. Lass mal kurz gucken. Äh. So. Warte. Holz und Seil. Stellen wir hier Holz her? Nein. Seil kriegen wir, glaube ich, durch... Seil kriegten wir, glaube ich, durch Dings, ne? Hier war Holz. Genau. Holz. Machen wir das Maximum 15. Immerhin. Haben wir es jetzt hergestellt? Ja, haben wir. Danke, Braummenü. Das kriegen wir, glaube ich, durchs Sammeln von Büschen. Ich probier das mal. Ah. Wir haben schon wieder Besuch. Wir haben schon wieder Besuch. Was ist denn mit dem? Also. Die Nachbarschrift ist sehr, sehr unruhig hier. Also. Naja. Wir müssen doch so ein Forschungstable, weil ich gerade sehe, Forschungsmaterial haben wir gesammelt. Wir müssen doch so ein Forschungstable bauen. Damit wir quasi, äh, unsere Sachen forschen können. Damit wir besseren Stuff kriegen. Also bessere, äh, Ausrüstung und so die ganzen Krempe. So, ich gebe mir mal Mühe, das ein bisschen zügiger zu machen, weil es wird schon... Ja, nicht grenzwertig, aber, äh, es ist bald soweit. Sagen wir mal so. Ich würde vielleicht schon das Fundament gerne bauen wollen auch noch. Vielleicht. Mal gucken. So. Das nehmen wir auch noch mit. Äh, was? Äh. Moin. Was hat er denn? Das Rohr ist gut, ne? Ich muss sagen, das Rohr ist sehr gut. Du weißt, wovon ich rede. Das Rohr. So. Okay. Ich habe jetzt schon tatsächlich eine längere Aufnahmepause gehabt. Und, äh, aber man kommt relativ gut wieder rein, muss ich sagen. Das nicht, oder was? Nee, das ist nix. Maiglöckchen darf man nicht mitnehmen. Wenn es überhaupt Maiglöckchen waren. Ich weiß es nicht. So, jetzt lass mal gucken. Jetzt haben wir, glaube ich, genug zum... Holz haben wir... Wir haben doch Holz. Was will er denn? Haben wir kein Holz? Ach, Baumstamm. Haben wir gar kein Holz gemacht? Oh nein, ist es gleich soweit, ne? Oh, fuck. Haben wir gar kein Holz? Haben wir gar kein Holz gemacht? Ich dachte, wir haben Holz hergestellt. Holz. Herstellen. Ah, jetzt hat er. Okay, haben wir gar nicht hergestellt. So, ähm... Dann mal jetzt ganz zügig, weil gleich ist es soweit. Oh Gott, das geht gleich schon los. Ich glaube, wir schaffen das gar nicht mehr. Nee, es geht los. Die Welle hat begonnen. Äh, Fundament. Dann baue ich mir jetzt ganz schnell ein Fundament. Können wir nicht. Nein, da brauchen wir Baumstamm für. Ernsthaft? Scheiße. Jetzt kommen wir nicht nach oben. Oder eine Treppe? Da brauchen wir auch Baumstamm für. Ernsthaft jetzt? Habe ich einen Baum hier drin stehen? Nein, natürlich nicht. Was machen wir denn da? Scheiße. Jetzt kann ich nicht so gut angreifen von oben irgendwo. Oder kann ich von hier vielleicht drüber schauen? Ich weiß halt auch nicht, von wo die jetzt kommen. Das ist halt so mein Problem. Wenn sie von vorne kommen, wäre super. Dann haben wir ein paar Spikes. Ha! Scheiße. Das mit dem Fundament. Das ist kacke. Ärgert mich jetzt. Kann ich irgendwas noch bauen, wo wir hier irgendwie draufsteigen können oder so? Shit. Wir brauchen überall diesen Baumstamm, oder? Seil. Dach. Da brauchen wir Seil. Haben wir Seil? Ich höre noch keine. Werden aber gleich kommen, denke ich mal. Seil. Wie stellen wir nochmal Seil her? Hier. Ein Seil. Wow. Können wir das Dach vielleicht als Rampe benutzen? Ich weiß nicht, ob es geht. Gucken wir mal. Reling haben wir noch. Treppenzaun. Gucken wir erstmal, was wir noch herstellen können. Vielleicht irgendwas, wo wir draufklettern können. Warte mal. Der Treppenzaun wäre super. Wo war der jetzt? Oh. Was? Was ist das? Hier. Niedriger. Äh, mit U. Und dann drehen. Wie das so? Warte. Haben wir gleich. Das ging doch gerade. Baut daneben noch einen. Kann ich das an? Nee, geht nicht. Das hört sich nicht gut an. Bleibt der drauf? Ja, der bleibt da drauf. Mist. Haha. Vollidiot. Nehmen wir hier die ganzen Pfeile. So, weg damit, euer. Weg damit, hier. Oh, der ist, glaube ich, geplatzt. Ist das sein Scheiß ernst? Der steht da drauf und stirbt nicht, oder was? Uah. Ich treff die nicht. Aber jetzt. Oh nein. Ernsthaft? Äh, das ist nicht gut, ne? Oder? Das ist überhaupt nicht gut. Das ist gar nicht gut. Äh, die vermöbeln unsere ganze Mauer. Der Dicke muss sterben. So. Wo sind sie denn? Hört ihr auf damit, meine Mauer zu zerstören? Die Mauer muss nicht weg. Natürlich kommen da noch mehr. Oh, herunterfallen wäre blöd, ne? Warte. Na, sag mal. Wo willst du hin? Ah, bleib doch mal stehen, Mann. Pfeile, die einfach aushalten, ne? Unglaublich. Habt noch mal. So. Warte. Geht doch. So. Wo ist der? Komm mal. Da war noch einer hier, ne? Ah, Mann. Ich häng am Lattenzaun. Oh Gott. Ganz so doof sind sie nicht, ne? Muss man sagen. Also zumindest jetzt aktuell der Stand. Äh. Ernsthaft? Bin ich vergiftet? Was ist da? Oh nein. Was ist da zerstört worden? Haut ab von meiner Bude! Was ist mit dem? Gehen die Spikes los? Ich hab das Gefühl, die Spikes bringen überhaupt nichts. Man muss da ne doppelte Reihe machen oder so. Ich muss ne Zombie-Falle bauen irgendwie. Oh Gott, wie viele. Hilfe! 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 Okay, Moment. Just a moment. Hä? Was will denn den Gugel jetzt von mir? Oh, wie Pfeile da einfach sind. Lauf da rein! Los! Aha, selber schuld. So, nehmen wir mal alle. Oh nein! Nein, das ist nicht gut! Oh nein, das ist gar nicht gut! Ohoho! Oh fuck! Das ist überhaupt nicht gut! Oh scheiße! Ahahaha! Das ist überhaupt nicht gut! Oh, das ist überhaupt nicht gut! Oh fuck! Oh, Level up! Das ist schön! Bäm! 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 Oh Gott! Hilfe! Rennt den Beinen! Oh Gott, wie viele Säcke ihr sind! Nein, ich komme mir nicht hoch, oder? Uah! Komme ich hoch? Vielleicht doch! Huha! Letzte Rettung! Mein Pfeil und Bogen ist kaputt! Das ist scheiße! Äh, warte mal! Kann ich hier vielleicht so? Scheiße, Mann! Was mache ich denn jetzt? Kommen die rauf? Sind die so schlau? Wo sind die denn? Da! Komm mal her! Uah! Okay! Uah! Ich muss weg! Muss los! Äh, warte mal! Oh Gott, ich muss los! Ich muss los! Ciao! Uhuhuhu! Ich muss weg! Alter, Hilfe! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, die zweite Nacht! Das wäre zu schlimm! Huah! Los, weg hier! Hauptsache, die zerstören unsere Bude nicht nochmal! Huah! Ich will nicht nochmal sterben! Ich sollte vielleicht was essen, ne? Kriegt das was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hilfe! I need help! Hu, 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 hu. Oh Gott! Help, I need somebody! Help! It is anybody! Oh Gott! Okay, es geht ein bisschen, aber es ist schwierig, muss die erstmal alle wegkriegen, ne? Ich muss erstmal durchziehen hier die Stange, Mann! Da ziehst die Stange richtig durch! Bei ihr auch! So! Und bei ihr sowieso! Oh Gott, äh, haben wir noch einen schweren Angriff? Komm her! Oh Gott, oh, oh, nein, 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 nein! Ich will nicht schon wieder sterben! Huch, was ist das denn? Ein Vogel. Oh Gott! Scheiße, Mann! Scheiße! Aua! Aua! Das war's gleich, wenn's so weitergeht. Bei Lombok geht der nicht mehr, ne? Okay, doch, vielleicht ein bisschen. Ich muss aber erst rennen. Hu, 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 hu. Ah, Marathon hat sich immer bewährt bei mir. Macht das überhaupt Schaden, wenn's kaputt ist? Ich hoffe. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, das wird sowas von scheiße. Oh Gott, das wird so schlecht! Hu, 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 hu. Ich hab kein Leben gleich mehr. Zieh dir die Stange durchs Gesicht. Oh Gott, da muss man echt ein bisschen am Tag zwei jetzt erstmal gucken, dass wir, dass wir gleich zusehen, dass wir da irgendwie ne Zombie-Falle bauen oder so. Das nimmt ja hier Ausmaße des... Fuck. Oh Gott. Minen wäre ja jetzt nicht schlecht. So schöne Trebminen. Oh oh. Oh oh, ich hab nicht mehr viel Leben. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Nein, das war's. Oh fuck. Oh scheiße. Oh. Alter. Aber die sind ja noch da, ne? Das ist ja das Problem. Die sind ja noch da. Die sind ja nicht weg, ne? Kann ich alles nehmen? Ich nehm alles. Juhu. Sind die noch da? Wo ist denn das Trüppchen? Oh nein, da sind sie. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss mein Stuff kriegen. Oh fuck. Kann ich alles aufheben mit einmal? Alles nehmen. Geht das? Alles nehmen. Und jetzt weg. Oh Gott. Ich glaub, der macht gar keinen Schaden, der Bogen mehr, ne? Kann das sein? Weiß gar nicht mehr, wie er mir den repariert. Wie war denn das nochmal? An der Werkbank? Oder können wir das einfach so machen? Ach, da brauchen wir dieses Tool ja, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, alles gut. Ich weiß Bescheid. Huch, was war das denn? Ich glaub, der stirbt dadurch nicht, ne? Kann das sein? Uah. Okay. Okay, ihr wollt so, ihr kriegt so. Wo sind sie denn? Da? Kann der Große mal kommen? Uah. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Alles nehmen. Oh Gott. Richtige Massenschlägerei hier. Oh, Hilfe. Ich hoffe, das klappt. Oh. Klappt das? Ich weiß es nicht. Uah. Ich zieh die Stange einfach durchs Gesicht. Ich geh rückwärts und zieh die Stange durchs Gesicht, Mann. Nein, das ist, oh nein, Hilfe, Hilfe. Uah. Oh nein, ich bin infiziert, glaub ich. Ich bin infiziert, oh, ich werde sterben. Oh nein. Oder? Oh, Gott sei Dank. Aber die Stange ist auch gleich im Eimer. Kann ich die Axt nehmen? Vielleicht. Ein Speer. Was ist denn für einer? Die weg, Mann. Was ist mit dir? Oh Gott. Hilfe. 191 Speere. Die werden doch wohl gehen, oder? Irgendjemand treffe ich bestimmt den Dickwanz. Oh, oh. Viel Leben haben wir nicht. Oh Gott. Das Problem ist, wir müssen immer stehen bleiben, ne? Mit dem Speer. Das ist halt blöd. Da müssen wir weit weg sein. Oh, ich will nicht schon wieder sterben, Mann. Und das ist normaler Schwiegkeitsgrad, wie gesagt. Ah, toll. Wie viel halten die denn aus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss auf jeden Fall anders laufen in der... in der zweiten Nacht. Das muss in der zweiten Nacht auf jeden Fall anders laufen. Das weiß ich jetzt schon. Da müssen wir uns auf jeden Fall ausrüsten. Also zumindest, äh, auch was Fallen angeht. Das geht so nicht weiter. So, der ist schon mal weg. Oh Gott. Ja, so langsam vereinzeln sie sich. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe! Hier, für dich! Fang! Wenn du kannst! Oh Gott! Hilfe! Alles nehmen! Juhu! Hier, Fettwanns! Hier, Specki! Oh, Gott sei Dank! Mein Gott! Alter Schwede! Das war ja wohl mal... Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott!